Moin, der Bitcoin-Beobachter ist wieder da und am Wochenende hat sich nicht wirklich viel getan. Ähnlich jetzt der Preis wie letzten Freitag bei meinem letzten Video ein bisschen höher. Gerade im Moment passiert eine Aufwärtsbewegung, aber im Großen und Ganzen, wie man eben sehen konnte, die letzten zweieinhalb Tage circa sind das. Ja, geht es recht seitwärts fröhlich weiter. Und aktuell ist der Bitcoin-Preis bei 19.559, nee 49 glaube ich, ist es auf 51 gesprungen. In Euro sind es 18.749. In den letzten 24 Stunden ein Plus von 1%, auf die Woche minus 7% und auf den Monat minus 35%. Also immer noch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Neuigkeiten gibt es auch nicht wirklich viele. Und ja, die Schwankungen so von übers Wochenende von 18.900 bis jetzt etwas unterhalb von 20.000, das sind so im Bereich von 2-3%. Es ist also auch nicht wirklich viel Bewegung drin. Ich bin mal gespannt, ob das die Woche so weitergehen wird. Also für Leute, die täglich traden möchten, sind da wirklich zurzeit nur sehr kleine Gewinnspannen möglich. Und ja, wer sich fürs Trading interessiert, darf gerne unten mal den Link zu Binance klicken und sich dort umsehen. Ist zum Trading sehr preiswert, kann ich nur empfehlen. Ich probiere es derzeit auch aus und bin bis jetzt recht zufrieden damit. Ja, Anlageberatung kann ich leider nicht geben. Ich weiß nicht, wie sich der Preis weiterentwickeln wird. So meine Vermutung ist, das wird vielleicht noch zwei Wochen oder so länger so weitergehen. Aber es kann natürlich auch jederzeit was anderes passieren. Ich werde es weiter beobachten und mir anschauen und werde darüber berichten. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Bis zu meinem nächsten Video.